Russland noch nicht erkennen, welchen dauerhaften Schaden sich Russland in der Region selber zufügt, wenn es weiter auf der falschen Seite der Geschichte stehen bleibt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Nachbarländer, auch dass die arabische Welt eindeutig kenntlich macht, dass dieses Verhalten Russlands und Chinas auch dauerhaft die strategischen Interessen Russlands und Chinas in der Region beschädigt. Das ist von großer Bedeutung. Denn eine politische Lösung ist trotzdem möglich, es ist notwendig. Wir haben zwei Gäste. Wir wollen die Menschen in Syrien helfen, aber wir wollen auch preventen und evitieren eine militärische Konflikation in der Region. Ich bin nicht glücklich, weil die Syrien in der Region nicht erwartet, dass die Presse kommunikationen. Was beschäftigt die Syrien heute ist, ist die Art und Weise, wie man die Türiere ist. Es gibt jeden Tag 100, 130, 150 Menschen, und die Menschen denken nur an das. Sie suchen, sie wollen, sie wollen, sie wollen, sie wollen, sie wollen, sie wollen, sie wollen Vielen Dank für's Zuschauen.